Herzlich Willkommen zu diesem Video zu Bilder im Geschichtsunterricht und heute geht es um Bildtypen und darum das Thema Familienbilder. Hier haben wir jetzt ein Beispiel eines Familienbildes, eine Sonderform von einem Personenbild, wieder zum Beispiel auf der linken Seite sehen wir hier den Sonntagsspaziergang von Karl Spitzwig, das ist ein Gemälde aus der Zeit des Biedermeiers, also zwischen dem Wiener Kongress 1814-15 und der Revolution von 1848, eine Zeit in der die Bürger, und da sehen wir hier Bürger abgebildet, eine bürgerliche Familie, die ihren Sonntag dann so verbringt, dass sie durch die Tour spaziert, man sieht hier dann auch die entsprechende Kleidung und so weiter und so fort, ein Junge der da hinten vielleicht dann irgendeine irgendwelche Insekten fangen möchte, eine Zeit in der die bürgerlichen kaum Möglichkeiten gehabt haben hier ihre politische Meinung zu äußern und die bürgerlichen hier hatten eigentlich nur Zeit sich dann neben ihrem wirtschaftlichen Erfolg dann so der Freizeit zu widmen, aber nicht der Politik. Auf der rechten Seite haben wir ebenfalls ein Familienbild und hier haben wir dann drei Mitglieder des Hauses Habsburgs dargestellt aus dem Jahre 1915, also aus dem zweiten Kriegsjahr des ersten Weltkriegs, der von 1914 bis 1918 geht. Prominent haben wir hier dann Kaiser Franz Josef, auf seinem Schoß sitzt dann der Nachfolger, wäre das dann gewesen Otto und hier haben wir dann die Nachfolger von Kaiser Franz Josef, der spätere Karl der Erste, der 1917 der Nachfolger von Kaiser Franz Josef dann übernehmen wird. Wir sind inmitten des Krieges, wenn wir hier die Uniform betrachten, haben wir hier verschiedene Orden, hier haben wir zum Beispiel auch das eiserne Kreuz, dann haben wir die österreichische Militäruniform mit blauer Farbe, hier der Rock. Was soll dieses Bild aussagen? Dass auch die Habsburger eine funktionierende Familie darstellen, familiäre Bilder erzeugen ja in der Betrachtung dessen, der sie zu anschaut, der Sympathie, auch der kleine Otto spielt auch mit Spielzeugsoldaten, wie sie eben dann die anderen Kinder dann in der KMK Monarchie dann auch haben sollen. Kommen wir mal zum Hintergrundwissen, das könnte man hier noch vermuten, ja das ist eine nette Darstellung, aber dann die Bilder eben von Karl Spitzweg betrachtet, dann wird man wissen, dass sich hier eine versteckte Kritik äußert. Es scheint nur nett zu sein, aber eigentlich muss man sich überlegen, was fehlt denn hier in diesem Bild. Und hier auf der rechten Seite handelt es sich um eine Farb-Lithographie, die im Auftrag der Habsburger dann gemacht wurde und die Habsburger wollten damit dann natürlich Sympathie dann erreichen. Auf der einen Seite, dass die Familie betont, auf der anderen Seite aber auch wollten sich darstellen, dass sie natürlich auch sich im Krieg befinden und das sieht man daran natürlich, dass dann auch der Kaiser und Petra Kalle Erste dann auch in Uniform zum Beispiel dargestellt werden und auch das Kind Otto dann ganz dem Kriegsgeschehen sich widmet, indem es dann hier zum Beispiel mit Spielzeugsoldaten spielt, bis viele andere bürgerliche Kinder dieser Zeit dann auch gemacht haben. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.